Ich heiße Hugir und lebe in Schweden. Mit 19 bin ich aus Kurdistan geflohen. Versprich mir, dass du aufpasst. Meine Frau und ich erwarten unser erstes Kind und in meiner Heimat herrscht schon wieder Krieg. 500 Männer wurden ermordet. Helfen Sie uns! 70 Kinder sind verhungert. Ich will über die Erlebnisse der Flüchtlinge berichten. Wir wurden zweimal vom IS gefangen. Sie haben mit Waffen auf uns gezeigt und versprochen uns nichts zu tun und uns Wasser zu geben. Sie haben eine Schwester getötet. Der IS hat sie ermordet. Sie hieß Samira. Dann kamen wir hierher. Die Begegnung mit der elfjährigen Suat hat mein Leben geändert. Ich bin in der autonomen Region Kurdistan, an der Grenze zu Syrien. In meiner Kindheit herrschte hier Krieg. Das war eine schlimme Zeit. Die Geschichte wiederholt sich. Und wieder muss mein Volk aus seiner Heimat fliehen. Diesmal vor dem IS, dem sogenannten Islamischen Staat. Inmitten dieses Horrors hat Suat mir das Leben gerettet. JASP. JASP. Sind Sie die ganze Zeit barfuß unterwegs? Ja, seit zwei Tagen. Ich verbrenne mir die Füße. 63 Mitglieder meiner Familie wurden ermordet. Mein Enkel ist in meinen Armen gestorben. Ja, wir sind in meinen Armen gestorben. 63 Angehörige zu verlieren ist schrecklich. Eine Botschaft an die Welt. Wir sind Soldaten des Kadifats. Mithilfe Gottes werden wir die Macht übernehmen. Nachdem der IS von Syrien aus Mosul die zweitgrößte Stadt des Irak erobert hat, zog er weiter in die Provinz Sinjar. Am schlimmsten getroffen hat es dort die Jesiden, eine religiöse Minderheit, die als ursprüngliches kurdisches Volk gilt. Sie haben mit dem Jesidentum ihre eigene Religion und mussten bereits 72 Massaker über sich ergehen lassen. Diesmal werden sie vom IS gejagt, der behauptet, sie würden den Teufel anbeten. Sie haben meine drei Kinder entführt. Das ist unmenschlich. Wie alt sind Ihre Kinder? Zwölf, acht und sechs. Ich weine um alle jesidischen Kinder. Warum hilft uns niemand? Unsere Frauen und Kinder werden auf Märkten verkauft. Das ist unmenschlich. Ist es kein Verbrechen, was uns Frauen angetan wird? Und wenn Angehörige entführt und verkauft werden? Es ist 45 Grad heiß. Endlich haben Hanifa und ihre Eltern einen Platz im Schatten gefunden. Sie sind voller Sorgen, da ihre Familie auseinandergerissen wurde. Ich weiß nicht, wo meine Schwestern sind. Wir können schon gar nicht mehr weinen. Wir sind am Boden zerstört. Sie haben unsere Kinder. Wir beten zu Gott, damit unsere Kinder zurückkommen. Möge Gott sie für ihre Taten strafen. Sie haben unsere Kinder entführt, die Männer enthauptet und unsere Wertsachen genommen. Wir konnten nichts tun, nur zusehen. Ich war dabei, als der IS meine Schwestern entführt hat, hab mich aber nicht getraut, was zu tun. Hanifas Schwestern sind fünf der 3000 Mädchen und Frauen, die vom IS entführt wurden. Als der IS auch Sinjar angriff, blieb den Jesiden keine Wahl. Entweder sie konvertieren zum Islam oder sie werden ermordet. Vor dem Angriff auf Sinjar haben wir die Jesiden aufgefordert, zum Islam zu konvertieren. Getötet haben wir nur die Ungläubigen, die nicht konvertieren wollten. Heute wurde die Provinz Sinjar dank all der gutgläubigen Menschen befreit. Ihr seid treulose Ungläubige. Wir sprechen das islamische Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Bote. Dann seid ihr alle Muslime und unsere Brüder mit Rechten und Pflichten. Ich fordere alle Jesiden auf, sofort aus den Bergen herabzukommen, um der Hölle zu entgehen. Wenn sie bleiben, wo sie sind, werden sie verhungern. Tausende Jesiden werden gezwungen, zum Islam zu konvertieren. Wer zu fliehen versucht, wird erschossen. Das ist sein Geld und sein Smartphone. Hallo. Ja, wir haben ihren Sohn gerade auf der Straße ermordet. Sie können schon mal die Beerdigung vorbereiten. Ein normaler Tag in der Provinz Sinjar wird zum blutigen Inferno, als nachts plötzlich der IS angreift. 320.000 Menschen fliehen in das 100 Kilometer lange Chabal-Sinjar-Gebirge. Doch ohne Zugang zu Nahrung und Wasser sind sie hier gefangen. Da normale Straßen für den Transport nicht benutzt werden können, fliegen täglich zwei Hubschrauber mit Versorgungsgütern von der autonomen Region Kurdistan in die Berge. Auf dem Rückweg können sie jedes Mal nur 25 Personen retten. Per Anruf bekomme ich ein Angebot, mit so einem Hubschrauber mitzufliegen. Diese Gelegenheit will ich nutzen. Auf dem Weg zum Auto höre ich ein Mädchen weinen. Es liegt ganz allein auf dem Boden. Wie heisst du? Suat. Was machst du hier, Suat? Ich habe Schmerzen. Was ist mit deiner Hand passiert? Eine Infusion. Bist du krank, Suat? Ja. Mir ist schwindelig. Ich habe gebrochen und ich kann seit Tagen nichts mehr essen. Warum bist du allein? Er wollte mir etwas zu essen holen. Wer? Mein Bruder. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor zwei oder drei Tagen. Vor zwei oder drei Tagen. Ja. Wo sind deine Eltern? Weiß ich nicht. Das tut weh. Wo tut es weh? Vielen Dank für Ihr Angebot, aber ich kann leider nicht kommen. Danke. Ich rufe Sie später an. Ich habe mich entschieden, nicht mit dem Hubschrauber in die Berge zu fliegen, weil ich Suat nicht allein lassen kann. Ich versuche, ihren Bruder oder einen Verwandten zu finden. Ich finde ihren Großvater. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auch er hat seit Tagen nichts gegessen. Ist das dein Bruder, Suat? Hast du ihr was zu essen gebracht? Steh auf, Liebes. Iss was, damit es dir besser geht. Bekommt sie nichts? Nein. Wo ist ihr Bruder? Ich habe genug für uns beide. Suat, steh auf und iss was. Ich will nichts essen. Sie ist elf. Das ist der Arzt, Suat. Können wir sie mitnehmen, bis der Rest der Familie da ist? Sie werden uns nicht finden. Wir sollten besser auf sie warten. Das Krankenhaus ist nicht weit. Können wir dich ins Krankenhaus bringen, Suat? Ich weiß nicht. Es geht ihr schlecht. Sie erbricht alles, was sie zu sich nimmt. Das kann zur Dehydration führen. Wo ist dein Essen, Suat? Wo ist das Essen, das sie bekommen hat? Sie wollte nichts essen. Hier ist es. Was Sie da in den Händen halten? Hat sie nichts bekommen? Ich habe ihr was gegeben, aber sie wollte nichts. Das ist zu viel für mich. Ich bin völlig fertig. Ich fühle mich hilflos, steige ins Auto und fange an zu weinen. Erinnerungen aus meiner Kindheit kommen hoch. Damals ging das irakische Regime über mehrere Jahre gewaltsam gegen die Kurden vor. 182.000 Menschen wurden ermordet. Tausende Städte und Dörfer zerstört. Im Winter 1991 mussten drei Millionen Kurden aus ihrer Heimat fliehen. Diese Zeit ist mir noch genau in Erinnerung. Ich war so alt wie Suat heute. Elf. Warum und wohin wir gehen mussten, habe ich nicht verstanden. Nach zehn Tagen kamen wir in die Türkei. Acht Kinder und ich sollten ein Flüchtlingslager suchen, um uns zu registrieren und Zelte für unsere Familien zu bekommen. Wir mussten barfuß durch den Schlamm gehen. Das war sehr anstrengend. Ich war elf und nicht mehr in der Lage zu weinen oder meinen Eltern zu sagen, dass ich Hunger habe, friere und leide. Ich musste mich selbst durchschlagen und irgendwie versuchen, am Leben zu bleiben. Das Flüchtlingslager mit den Zelten, das uns die Grenzpolizei versprochen hatte, haben wir nie gefunden. Stattdessen kamen wir in einen eingeschlossenen Bereich, der von Soldaten umstellt war. Ich musste schnell erwachsen werden und habe meine Kindheit verloren. Jetzt sehe ich mich in Suat wieder. Das gibt's nicht. Ich war nur zehn Minuten weg und Suat und ihr Großvater sind verschwunden. Nicht mal die Sanitäter wissen, wo sie sind. Meinem Freund Milat und mir reicht's für heute. Wir verlassen das Grenzgebiet. Auf dem Rückweg sehen wir den Hubschrauber, in dem ich eigentlich sitzen sollte. Ich bin traurig, dass ich Suat nicht helfen konnte und meine Chance verpasst habe, über die Flüchtlinge in den Bergen zu berichten. Später klingelt mein Telefon und mein Bruder ist dran. Völlig aufgelöst fragt er mich, ob ich okay bin. Hallo, Bram. Was ist passiert? Langsam beruhig dich. Woher? Was ist passiert? Kannst du bitte mal anhalten, Milat. Mein Bruder hat in den Nachrichten gesehen, dass der Hubschrauber, in dem ich sitzen sollte, abgestürzt ist. Die 11-jährige Suat hat mir das Leben gerettet. Das geht so nicht. Hör bitte mit dem Filmen auf. Mach aus. Noch mehr ertrage ich nicht. In ein paar Wochen werde ich Vater und hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. In den letzten Tagen sind 1,4 Millionen Menschen von hier geflohen. Ich weiß nicht mal, wo ich mit der Suche nach Suat anfangen soll. Habt ihr dieses Mädchen gesehen? Sie heißt Suat. Nein, hab sie nicht gesehen. Eine Frau trägt einen Säugling. Wie alt ist ihr Baby? Acht Tage. Es kam in den Bergen zur Welt. Ein Mädchen oder Junge? Ein Mädchen. Das ist Taure. Sie musste in die Berge fliehen. Nur wenige Stunden vor der Niederkunft. Wie war die Geburt im Freien? Hab knapp überlebt. War ein Arzt dabei? Nein, ich hatte keine Wahl. Entbinden oder sterben. Seitdem sind wir acht Tage lang unterwegs. Wir haben ein bisschen Wasser aus Kronkorken bekommen. Meine schwangere Frau hat auch mitbekommen, was mit dem Hubschrauber passiert ist. Ich beschließe, nach Schweden zurückzufliegen. Ich habe ihr Bild an Hilfsorganisationen geschickt und hoffe, sie zu finden. Hallo Doktor, gibt's was Neues? Okay, bitte melden Sie sich, wenn Sie was hören. Seit meiner Rückkehr aus Kurdistan ist viel passiert. Ich bin Vater des kleinen Mir geworden. Heute werde ich ihn und meine Frau erneut verlassen. So wie fünf Monate zuvor, als er noch im Bauch seiner Mutter war. Ich weiß, dass sie mich hier brauchen, aber irgendetwas sagt mir, dass ich zurück muss. Suat, die mir das Leben gerettet hat, geht mir nicht aus dem Sinn. Und die anderen, die ich damals kennengelernt habe, auch nicht. Mir ist schwindelig. Ich habe gebrochen und ich kann seit Tagen nichts mehr essen. In Schweden hatte ich einen kurzen Dokumentarfilm über Suat und die anderen gemacht, die ich auf meiner ersten Reise kennengelernt habe. Der wurde jetzt im kurdischen Nationalfernsehen gesendet. Ich hoffe, dass ich alle wiederfinden kann. Habt ihr dieses Mädchen gesehen? Sie heißt Suat. Und ihr? Nein. Ich habe gehört, dass die Behörden ein Verzeichnis aller Flüchtlinge führen. Wie kann ich dieses Mädchen finden? Das wird schwer nur mit dem Vornamen. Wir treffen einen Mann, der Taure und Harbiya gesehen hat. Da in den Flüchtlingslagern kein Platz mehr war, lebt die Familie jetzt in einem Lagerraum. Willkommen. Erinnern Sie sich an mich? Ja. Diese beiden Frauen haben mir bei der Geburt geholfen. In diesem Raum leben jetzt sieben Familien. Gibt es Strom? Nein. Das ist doch nicht normal, im Dreck zu leben. Ich war in fast jedem Flüchtlingslager hier, aber niemand kennt Suat. Jetzt frage ich nach den anderen, die ich im August getroffen habe. Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Sie leben da drüben. Damals habe ich die neuvermählte Besma kennengelernt. Sie hatte Angst um ihren Mann, der im Gebirge gefangen war. Mittlerweile haben sie sich wiedergefunden. Vor zwei Wochen sind Besma und ihr Mann aufgebrochen in die Türkei. Von dort wollen sie weiter nach Europa. Wissen Sie, in welches Land? Nein. Das entscheidet das Schicksal. Sie hoffen auf Deutschland oder Österreich. Ich frage mich besorgt, wie die beiden von der Türkei nach Europa gelangen werden. Im September 1999 habe auch ich meine Heimat verlassen, um in Europa eine bessere Zukunft zu suchen. Ich war 19, hatte keinen Pass und bin durch sieben Länder geflohen, bis ich schließlich in Schweden war. Die dreimonatige Reise hat mir alles abverlangt. Dreimal habe ich versucht, die Türkei zu verlassen und wurde brutal von der türkischen Grenzpolizei geschlagen. Das Flüchtlingsboot nach Griechenland ging fast unter, als wir in einen Sturm geraten sind. In Albanien wurden wir von der albanischen Mafia gefangen und 13 Tage festgehalten. Meine Eltern und Freunde dachten, ich sei tot. Von da aus habe ich mit 26 anderen Flüchtlingen ein Schnellboot nach Italien genommen. Als uns die italienische Küstenwache mit Hubschraubern jagte, warfen uns die Schleuser aus Panik über Bord. Ich habe viele Nächte im Freien verbracht, gefroren und gehungert. All das war schwieriger, als ich jemals gedacht hätte. Im Dezember 1999 bin ich nach 18-stündiger Fahrt im Lastwagen von Deutschland aus in Schweden angekommen. Ich wurde auf einem Parkplatz abgesetzt und da stand ich in Sommersachen bis zu den Knien im Schnee. Die Reise von Besma und ihrem Mann nach Europa hat gerade erst angefangen. Hi, wo ist Wasila? Da drüben, im Zelt. Wasila hat ihre Kinder in den Nachbarländern gesucht. Jetzt ist sie wieder da. Ich mache mir Sorgen, denn ich bin alleine, habe meine Kinder verloren und bin Flüchtling. Ich war in Syrien und in der Türkei, um meine Kinder zu suchen, habe sie aber nicht gefunden. Als ich wieder hier war, hieß es, sie seien in einem Flüchtlingslager bei Duk. Wann haben sie ihre Kinder zuletzt gesehen? Vor eineinhalb Jahren. Seit der Scheidung verbietet mein Mann, dass ich sie sehen darf. Ihre Kinder sind dem IS entkommen und leben jetzt hier mit ihrem Vater. Er lebt nach alter Familientradition und verbietet ihr, die Kinder zu sehen. Wir müssen aufpassen. Wenn wir sie finden, könnten wir Schwierigkeiten bekommen. Wir möchten nur, dass sie ihre Kinder aus der Entfernung sehen kann. Können sie mir ihre Sonnenbrille leihen? Ich möchte nicht, dass sie mich erkennen. Wie sollen wir sie unter all den Zelten nur finden? Vielleicht erkenne ich das Auto oder jemanden aus der Familie. Mein Vater hat mich mit 13 mit einem Fremden verheiratet. Wir haben uns niemals geliebt und das war sehr schwierig. Aber unsere drei Kinder haben mich die Probleme vergessen lassen. Als das Zusammenleben nicht mehr ging, haben wir uns scheiden lassen. Das könnte das Auto sein. Ich bin mir fast sicher. Leben hier irgendwo Waisen? Kinder ohne ihre Mütter? Ja, da drüben. Sie bleiben hier. Wir filmen alles und Sie können sich das dann ansehen, damit wir keine Probleme kriegen. Seid ihr Brüder? Ja. Wie heißt ihr? Bangin, Tassin und Massin. Ich habe Spielzeug für euch. Das könnt ihr haben. Das ist für dich, Tassin. Du legst deine Hand hier drauf und erzählst was. Du kannst sogar singen. Gefällt dir das? Was wünschst du dir? Dass jemand meinem Vater hilft. Wegen der Augen. Was ist passiert? Er ist blind. Wo ist deine Mutter? Die ist tot. Wann ist sie gestorben? Vor zwei Jahren. Wie hieß sie? Wasila. Wasila hat Tränen in den Augen, aber wir müssen weiter. Wasila hat Tränen in den Augen, aber wir müssen weiter. Das ist der Hubschrauber, mit dem ich eigentlich fliegen sollte. Den Menschen hier musste unbedingt geholfen werden. Der Hubschrauber hat Versorgungsgüter gebracht. Mit jedem Rückflug wurden 25 Menschen gerettet. Doch der Pilot verlor die Kontrolle und der Hubschrauber stürzte ab, als sich viele unten angeklammert hatten. Auf der anderen Seite geht der Krieg weiter. Der IS ist nur wenige Kilometer von hier entfernt. Man hört die detonierenden Bomben bis hier. Wegen des starken Windes und der Kälte kann man hier kaum atmen. Mir läuft die Zeit davon. Ich denke an meine Frau und meinen Sohn, aber ich will Suat unbedingt finden. Nimm die, Milad. Ich will jede Minute nutzen und bitte andere, mir zu helfen. Hi, Milad. Wie geht's? Das ist schwer, ich weiß. Nein, die anderen sind auch nicht weiter. Okay, geh nach Hause. Danke für deine Hilfe. Ich versuche etwas zu schlafen. Bei Sonnenaufgang breche ich auf. Ich will zurück nach Schweden. Auf dem Weg zum Flughafen bekomme ich einen Anruf. Es ist Milad, der gestern nicht nach Hause gegangen ist. Er hat Leute getroffen, die Suat erkannt haben. Vor der Flucht waren sie Nachbarn. Das heißt, ich bleibe. Ich könnte vor Freude schreien. Aber ich glaube es erst, wenn ich sie mit eigenen Augen gesehen habe. Ihre Eltern leben in diesem Bereich des Flüchtlingslagers. Es scheint sie niemand zu erkennen. Doch dann nimmt ein Junge meine Hand. Du lebst in Schweden, oder? Ja, das stimmt. Ich bin Salam. Suat ist meine Schwester. Welche Suat? Wie heißt ihr Vater? Ist sie deine Schwester? Ja. Wo lebt sie? Hier. Ist Suat zu Hause, Salam? Ja. Ja. Hey, wie geht's dir? Ich bin okay. Erinnerst du dich an mich? Ja. Wer bin ich? Hugia. Im August habe ich ihr von mir und meiner Familie erzählt, damit sie wach bleibt. Aber, dass sie zuhört, hätte ich nicht gedacht. Darf ich dich umarmen? Ja. Ich muss weinen. Du warst damals plötzlich weg. Wo bist du hingegangen? Hier hin. Weißt du, wie sehr du mir geholfen hast? Sie wollte sie auch wiedersehen. Du wolltest mich sehen? Ja. Sie hat die ganze Zeit nach innen gefragt. Wie geht es dir jetzt? Ganz okay. Seit ein paar Tagen geht es ihr besser. Hat sie noch Schmerzen? Die hat sie schon seit neun Jahren. Was hat sie denn? Das weiß niemand. Die Ärzte meinen Typhus. Hast du Freunde hier? Nein. Du kennst niemanden? Nein. Ihre Mutter sagt, sie musste vor vier Jahren von der Schule abgehen und kann das Zelt wegen der starken Schmerzen nicht allein verlassen. Wir bringen sie ins Lagerkrankenhaus. Ich habe ständig Kopfschmerzen. Und ich muss mich übergeben, wenn ich im Auto mitfahre. Hast du auch Bauchschmerzen? Nein. Mit drei Jahren ist sie das erste Mal in Ohnmacht gefallen. Die Ärzte waren der Meinung, sie würde sterben, wenn ihr nicht geholfen wird. Wir haben alles versucht, aber ohne Ergebnis. In dem Zustand, den sie beschreiben, habe ich sie nicht erlebt. Als ich sie untersucht habe, war alles normal. Nach manchen Anfällen kann sie 20 Tage lang nicht aufstehen. Ich kann keine Diagnose stellen. Niemand weiß, was sie hat. Ja, das stimmt. Okay, wir sind am Samstag da. Am Samstag bringen wir dich in ein schwedisches Krankenhaus. Da arbeitet ein Freund von mir. Ist das okay, Suat? Ja. Du hast einen Sohn, oder? Was sagst du? Du hast einen Sohn, oder? Ja, woher weißt du das? Glückwunsch. Danke dir. Suat hat ein Geschenk für ihr Baby. Ist das für meinen Sohn? Das ist so lieb von dir. Vielen Dank. Das ist wirklich hübsch. Ist das eine Decke? Vielen Dank, Suat. Das ist wirklich hübsch. Das ist das für mich. Ich bin gespannt. Suat? Kleine, hey. Hallo. Steh auf, wir sind noch nicht fertig. Moment, jetzt sind wir fertig. Gut gemacht. Tut das weh? Nein. Bleib ganz ruhig liegen. Wir haben ihr Blut abgenommen und ein MRT und EEG gemacht. Jetzt liegen die Ergebnisse der Untersuchung vor. Offenbar hat sie Epilepsie, verursacht durch eine Gehirnverletzung. Wir fangen mit einer Behandlung an. Nach zwei Monaten in Schweden fahre ich erneut zurück. Hanifa erzählt mir, dass sie zwei ihrer Schwestern gefunden haben. Sie konnten sie vom IS zurückkaufen. Das ist IS-Territorium. Wir sind seit drei Stunden hier und hoffen, dass sie kommen. Mithilfe von anderen haben wir sie vom IS zurückgekauft. Eine ist neun, die andere 20 Jahre alt. Meine drei anderen Schwestern werden immer noch vermisst. Ein Hirsch mit dem die워ichten. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Ich bin ein Hirsch und die Gitarre. Ich bin ein Hirsch und den Mischcel. Ich bin ein Hirsch zu einem Schwestern. Ich bin ein Hirsch. Ich bin ein Hirsch. Schöne, da was sie ausgewickelt. Der Mann, der uns begleitet, heißt Khalil. Er hat mehr als 100 jesidische Mädchen und Frauen aus den Händen des IS gerettet. Wie geht's dir? Hast du Spaß? Ja. Wann geht Suat wieder zur Schule? In zwei Wochen. In zwei Wochen? Ja. Du kannst wieder zur Schule, Suat. Sie hat angefangen zu zeichnen. Sie zeichnet? Ja, sie zeichnet zu Hause Puppen und bringt sie mit hierher. Jetzt hast du Freunde? Ja. Wie viele denn? Ich hab nicht gezählt. Was willst du später mal werden? Fotografin. Du willst Fotografin werden? Hast du eine Kamera? Nein. Kannst du ohne Kamera Fotografin werden? Nein. Bevor ich Kurdistan verlasse, will Suat mit uns eine Rundfahrt durchs Lager machen. Und ich muss ihr versprechen, beim nächsten Besuch meine Familie mitzubringen. Was für eine Kamera möchtest du denn? So eine wie deine. Wie meine? Ist die nicht zu schwer? Hier, nimm mal. Schwer, oder? Nein. Ich heiße Suat. Das ist mein Film. Fang an. Filmst du? Ja. Was möchtest du uns fragen? Ist es heiß hier? Ja, man wird fast ohnmächtig. Wie lange bleibt ihr hier? Eine Woche. Und wie geht es dem Kleinen? Ihm geht's sehr gut. Was ist das? Ein Teddybär. Hat er einen Namen? Ja, Hugir. Sieht der aus wie ich? Glaub mir, Hugir, der sieht viel besser aus als du. Wir fahren. Wengem? Wie Helen?